Der Bürgermeister selbst warf sich in eine eigens angefertigte Schürze, um die seinerzeit von ihm selbst eingesetzten Fische des Stadtbrunnens für einen guten Zweck zu verkaufen. Danke! Tschüss! Das ist perfekt! So, wie kannst du denken? Das darfst du sein? Ja, zwei! Ja! Für jede Woche! So! 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 So, das ist Pfarrer, Gre Butler? Eher parecer zu werden! Das hat ihr auf 있는 Talooli. Schöpfel und gefühl! Die Fische gingen weg wie die sprichwörtlich warmen Semmlinge und schon nach relativ kurzer Zeit hieß es Die letzte Forelle aus dem Forellenbrunnen. Nach einer zwischenzeitlichen Reinigung des Forellenbrunnens wird bald wieder Nachwuchs im Stadtzentrum schwimmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017